Kinder sind am Strand nicht erlaubt? Was? Gar nicht wahr! Kopf hoch! Kopf hoch! Oh nein! Oh nein! Wir bleiben für immer zusammen. Nichts kann uns trennen. Sind wir bald da? Ich dachte in fünf Minuten. Und es waren jetzt mehr als fünf Minuten. Wir sollten's jetzt alle ganz langsam angehen. Wow! Unglaublich, dass ich das online gefunden habe. So geheim ist der Strand wohl doch nicht. Oh, wer lässt denn sowas hier liegen? Vom Hotel! Sie sind voll verrostet! Was ist los? Sie haben Sachen aus dem Hotel im Sand gefunden. Versteckt oder nicht, wir kommen! Was ist mit ihr passiert, Mom? Ich weiß es nicht. Verdammt! Was ist mit ihr passiert? Ihre Leiche ist verwest. Wie schnell geht sowas? Sieben Jahre. Sie ist gerade erst gestorben. Moment, wo sind die Kinder? Trent! Tara! Komm her! Hey, haben Sie meine Kinder gesehen? Mom! Ich bin doch hier! Dad? Wieso siehst du mich denn so an? Was passiert mit uns? Meine Tochter ist vor zwei Wochen Sex geworden. Mom! Was auch immer mit uns passiert, das passiert schnell. Du hast Falten. Mit dem Strand stimmt was nicht! Was ist hier los? Mom! 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 Ich hab Angst! Wir müssen weg von diesem Strand! Jeder, der da lang gegangen ist, ist ohnmächtig geworden. Wenn sie es zum Felsvorsprung schafft, hat sie eine Chance. Wieso hört sie auf? Wieso hört sie auf? Kara, wach auf! Wach auf! Sie müssen erfahren, was hier vor sich geht. Ich weiß es nicht! Du Lügner! Zinu! Was ist das? Eine Nachricht. Wir bleiben für immer zusammen. Nichts kann uns trennen. Sie sind mit etwas Größerem verbunden. Oh nein. Wir sind aus einem Grund hier. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Vielen Dank.